Einen wunderschönen guten Tag oder Mahlzeit. Ich grüße euch, wie ihr seht, ich bin ein bisschen erkältet, aber es geht schon wieder. Ihr wisst ja, Unkraut vergeht nicht. So, wir haben heute den 23.12. und habe schon jede Menge gesehen bei Facebook. Schöne Weihnachten, schönen 4. Advent und ja, ich schließe mich dem an. Also, schönen 4. Advent. Ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, schöne Weihnachten und ja, ich habe mich freiwillig gemeldet, ich darf arbeiten und freue mich auch schon drauf. Ich weiß, viele sagen jetzt wieder, wie ist er denn drauf? Ich stehe dazu, ich liebe das Busfahren und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Ja, eigentlich ganz kurz gesagt, es war für mich ein sehr gutes Jahr. Davor das Jahr war nicht so schön, aber dieses Jahr war sehr schön. Ich hoffe bei euch auch. Ansonsten, wenn es nicht so schön war, wird es nächstes Jahr bestimmt besser. Glaubt mir einfach. So, mein Dienst beginnt. Linie 2421. Und nochmal, auf dem Weg, schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich euch. Macht's gut, ne? Tschüss!